In diesem Video geht es darum, zu zeigen, wie ganz rationale Funktionen 2., 3. und 4. Grades grundlegend verlaufen könnten. Hier ist jeweils die allgemeine Funktionsgleichung der ganz rationalen Funktionen angegeben. Und es geht jetzt nur darum, wie die Funktion ungefähr verlaufen könnte. Dazu schauen wir uns hier zunächst die Funktion 2. Grades an, denn die kennt ihr schon, die Parabeln bzw. quadratischen Funktionen. Da schaut man zunächst auf die Zahl vor dem x², also vor dem Teilterm mit dem höchsten Exponenten. Dann ist die Zahl positiv, dann weiß ich, die Parabel ist nach oben geöffnet, könnte also ungefähr so aussehen. Der Scheitelpunkt kann natürlich auch ganz woanders liegen, die könnte jetzt auch so aussehen, aber sie ist jeweils nach oben geöffnet. Und je nachdem, welchen Wert a annimmt, also 2, 3 oder auch Werte kleiner als 1, ist die Parabel dann entweder weiter geöffnet oder enger. Das c hier hinten bewirkt eine Verschiebung in y-Richtung. Das heißt, die gesamte Funktion hier, wenn es zum Beispiel diese schwarze Funktion hier ursprünglich ist, wenn ich jetzt die durch einen positiven Wert für c verschieben würde, dann würde ich die gesamte Funktion hier einmal nach oben verschieben. Und dann kann ich die ganze Funktion natürlich auch noch entlang der x-Achse verschieben. Und wenn ich das a negativ wähle, dann kann ich natürlich die Parabel auch noch unten öffnen lassen. Aber die grundlegende Form, dieses nach außen geöffnete u irgendwie, wie man das bezeichnen möchte, die bleibt immer gleich. Und so ähnlich ist das auch bei Funktionen dritten und vierten Grades. Schauen wir uns zunächst die Funktionen dritten Grades an. Wenn ich dann auch hier wieder zunächst auf die Zahl vor dem Teilterm mit dem höchsten Exponenten, dann ist diese Zahl positiv, kann ich mir zunächst das Verhalten der Funktion für große und kleine x-Werte überlegen. Dazu gibt es ein separates Video. Wenn das noch etwas unklar ist, schaut euch das zunächst an. Denn das setze ich an dieser Stelle voraus. Schaue ich mir also das Verhalten für kleine x-Werte an, dann bedeutet das, dass ich hier einen großen negativen Wert habe. Das heißt, die Funktion läuft hier nach unten raus, wenn ich x immer negativer werde, gehen lasse. Und entsprechend für große positive x-Werte läuft die Funktion hier nach oben weg. Und dazwischen tut sie irgendetwas. Und da kann ich mir überlegen, eine Funktion dritten Grades hat maximal drei Nullstellen. Sie kann auch weniger haben, aber mehr als drei auf keinen Fall. Das heißt, sie könnte dazwischen zum Beispiel so verlaufen. Und hier habe ich also meine drei Nullstellen. Ich habe ein Maximum und ein Minimum. Und in der Regel sehen ganz rationale Funktionen dritten Grades auch so aus. Für positive Werte hier vor dem x hoch 3. Wäre der Wert negativ, also a kleiner als 0, dann würde die Funktion entsprechend von hier oben kommen und dann zum Beispiel so aussehen. Auch hier wieder ein Minimum und ein Maximum und dazwischen drei Nullstellen. So sehen ganz rationale Funktionen dritten Grades in der Regel aus. Die kann ich jetzt natürlich auch noch verschieben wieder hier durch das d am Ende, indem ich die ganze Funktion einfach ein Stück nach oben oder nach unten verschiebe. Je nachdem, ob d größer als 0 oder kleiner als 0 ist, würde ich jetzt zum Beispiel für einen Wert größer als 0 die Funktion verschieben. Das bedeutet, dass über d die gesamte Funktion hier einfach einmal ein Stück hier nach oben verschoben wird. Gut, ich hoffe, das ist klar geworden. Die Funktionen sehen natürlich nicht alle so aus. Man kann jetzt auch sagen, nehmen wir mal an, b, c und d wäre 0 und ich hätte jetzt nur diesen Ausdruck hier. Irgendeinen Wert mal x hoch 3. Dann fallen diese ganzen Nullstellen auf einen Punkt. Und die Funktion sähe zum Beispiel so aus. Das heißt, hier im Ursprung zum Beispiel würden die Nullstellen aufeinander fallen. Das wäre jetzt eine Spezialform. So könnte eine Funktion dritten Grades auch aussehen. Aber in der Regel sehen sie so aus wie die grüne, die schwarze oder auch die rote Kurve. Gut, schauen wir uns noch die Funktion vierten Grades an. Auch hier betrachte ich zunächst wieder den Teilterm mit dem höchsten Exponenten. Also hier das a vor dem x hoch 4. Und da ich diesmal einen geraden Exponenten habe, verläuft die Kurve entweder von oben kommt und nach oben weg. Oder nachher von unten kommt und nach unten weg. Für positive a kommt sie von oben hier und geht auch nach oben weg. Und dazwischen tut sie wieder irgendetwas. Und da kann ich mir jetzt überleben, eine Funktion vierten Grades hat maximal vier Nullstellen. Das heißt, das könnte zum Beispiel so aussehen. Sie hat also zwei Minima, ein Maximum und dazwischen vier Nullstellen. e ist hier wieder dafür verantwortlich, dass die gesamte Funktion zum Beispiel hier in positive y-Richtung verschoben wird. Und das würde für ein e größer als 0 passieren. Wenn ich das a negativ wähle, dann würde sie von hier unten kommen, hier wieder ihre Runden drehen und dann auch nach unten weglaufen. Und dann hätte diesmal ein Minimum und zwei Maxima, aber auch wieder diese vier Nullstellen hier. Im Wesentlichen sehen die meisten ganz rationalen Funktionen in der Form von dieser Art aus. Die Nullstellen und Maxima und Minima können natürlich jeweils verschoben sein. Das hängt hier von den Parametern hier in der Mitte ab. Es kann natürlich auch wieder hier zu Spezialfällen kommen. Wenn ich jetzt sage, b, c, d und e ist 0 und ich habe hier nur diesen Ausdruck 3xO4 zum Beispiel, dann sieht die Funktion tatsächlich so aus. Fast ähnlich wie eine Parabel. Nur hier unten habe ich dann eine vierfache Nullstelle, weil die Nullstellen sozusagen hier alle auf einen Punkt zusammenfallen. Aber auch das wäre jetzt wieder ein Spezialfall, denn in der Regel sehen die Funktionen wie die rote, schwarze oder grün aus. Falls noch Fragen sind, gern zu mir.